Das ist der Präsident vom Tennisclub Alschweil. Andi, du bist jetzt mitten in den Vorbereitungen. Was passiert dort alles genau? Ja, da gibt es noch einiges zu machen, bevor der grosse Anlass dann stattfindet mit dem Mappero. Jetzt sind die Jungen dran, Spieler auf allen Plätzen, haben Freunde, so wie ich sage. Und jetzt gibt es dann gerade den Schaukampf hier auf Platz 1. Zwischen, schätze sind das 12, 13, 14 vielleicht. Und wir sind in der Vorbereitung für die Gäste, die kommen. Die werden dann so auf die Fünsche hierher kommen. Und dann geht es langsam los. Jetzt, wenn ich nicht mehr sage Acht aufwärtig los, dürft ihr vorderste von der Gruppe losrennen mit dem Ball auf dem Schläger. Eure Kollegen, der Nächste. Okay, der hat so ein paar Laufenschläger. Ihr geht zusammen. Und das macht ihr, bis ihr alle seid, dass ihr alle zusammen einmal ums Hütte geht. Was hast du gerade müssen? Machen wir die Feder. Ich glaube, der hat sie mit dem Ball vergeben. Heute haben wir das 10-Jährigen-Fest vom Tennisby-Balspiel. Und ich freue mich. Die Leute trudeln jetzt auch langsam ein, vor allen Seiten. Die Junioren kommen hier auch. Die haben auch schon gespielt. Die haben heute zwei Tage miteinander gespielt und tolle Games gemacht. In zehn Minuten gibt es ein Apero. Und dann gibt es noch einen Showkampf zwischen unseren fast zwei besten Spieler, die wir haben. Und dann gibt es ein grosses Essen. Und nachher die Country-Music von einer Frauenband, die ganz toll Musik macht. Liebe Kollegen und Kolleginnen vom Tennis-Grupp-Balspiel. Herzlich willkommen zum heutigen Tag. 10-Jährigen-Tennis-Grupp-Balspiel. Ihr habt jetzt gerade Möglichkeit und ihr habt ja sicher alle Hunger, von uns auf dem schönen Pfeifen, was es hat, anzugehen und euch einen schönen Teller zu machen und das geniessen. Nach etwa 20 Minuten kommt ein Spiel von den Champions. Die Champions sind Joel Schweinar und Christoph Einhauen. Da können alle schön Platz nehmen. Und da könnt ihr mal ein bisschen High-Glas-Tennis schauen. Nach dem Spiel gehen alle, die sich angemeldet haben, fürs Essen. Gehen jemanden zum CCL Fezier. Auf diesen essen wir noch. Und kommen nachher schnell zurück. Und dann macht sich die Band schon langsam bereit. Das ist eine Country-Band. Zwei Frauen. Und die machen guten Sound. Und dann haben wir hoffentlich einen schönen Open, der auch benennt ist. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen. Geht an den Tisch. Geniessen. Und am 6.00 Uhr vielleicht sogar schon ein Spiel zwischen Christoph Einhauen und dem Joel Schweinar. Viel Vergnügen. Bis nachher. Wir sehen uns restartet. Wir sehen uns. Wir sehen uns.